Was ist Gucci? Was willst du von mir? Wer bist du? Was willst du von mir? Ich weiß, was er will. Er will diese, ich erwähne ihn irgendwo, du weißt, dass Leute über ihn reden, aber bei mir, ich erwähne dich, kein Problem, ich mach dein Leben zur Hölle, was will er von mir? Ich geh zu keinem, ich sag niemandem was, ich mach mit keinem Streit, ich mach meine Sachen, auf einmal, die kommen mir von Ecke, vor allem noch so ein Schwanz, so ein richtiger Schwanz, dicker, der mit 16-Jährigen chillt, ja. Bruder, was geht ab, Alter? Ich versteh nicht, dicker. Boche, dicker, fick auf die alle, dicker, die sollen nicht alle ficken, dicker, wenn er was will, er soll, komm, Bruder, Berlin, bitte, ich bin jeden Tag da, dicker.